Revenant auszuscheiden Revenant auszuscheiden Revenant auszuscheiden Revenant auszuscheiden Revenant auszuscheiden Wir stecken im Turmatrium fest Cat, wo seid ihr? Öffnen gerade das Tor Zweite Revenant auszuscheiden Die Stmdl 2 3 3 2 1 3 1 1 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Aufpassen! Jäger, auf Distanz bleiben und weiterschieben! Hat er, der ist groß. Wenn ich, dann gehen prägen ! Ich bin ein R스트, ich bekomme Kieren. Ich bin ein Ritter, ich bin eine Ritter, ich muss weglegen ! Geht los! Ich bin nicht mehr! Ich bin nicht mehr! Los, auf zum Arschluchten. Wir müssen durch das Zeichen. Den Aufzug nehmen, Lieutenant. Der WK-Wendt gibt sich echt Mühe. Wo ist die Orbital-Unterstützung? Die könnte sie doch mit nur einem MAB-Geschoss ausschalten. Der WK-Wendt ist in der Mitte der Langebiete. Der WK-Wendt ist in der Mitte der Langebiete. Das mit zweitlich, aber... Der WK-Wendt! Der WK-Wendt! Erwärts! 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 1. 2. 6. Gehobendhilfe Mehl. George, sorg dafür, dass er auch ankommt. Auf jeden Fall! Ich kann ihn nicht sehen. Die Corvette macht Kleinholtz aus der Basis. Lagebericht, Noble. Ich schaff's nicht allein. Ich brauche noch einen Sparten hier oben. Sechs, geh ins oberste Geschoss und Tilde Mehl. Und noch einen. Ich brauche Feuerschutz! An ihrer Seite, Spot. Hey, halt! Okay, ja, das könnte sein. Ich brauche. Ich brauche das. Ich brauche nicht. Ich brauche nur viel zu verbrauchen. Kommande, ich brauche noch einen Bekleid. übersteht die Basis nicht. Banschies, ausschalten! Nach oben, Lieutenant! Die Longswords müssen in die Luft! Endlich! Das ist ein freundlicher Ziel im Kurs! Nachteil, das ist ein freundlicher Ziel. Entschuldigung, ich weiß, dass die Gatschen dabei sind! Oh mein Gott, nein da! Keine Dabung! Sie ist weiter und all der Wechsel! Achtung! Ja! Das ist ein Zender! Brauche eine neue Position! Brauche eine Einfluss! Feuerschutz! Zu sich, wir werden viel Spaß haben! Ja, das war's! Ja, so läuft das bei uns, Sparten! Noble Team, die Longsorts treten in Aktion! Die orbitale Verteidigung ist schussbereit! Schön, oder? Jemand sollte ein Foto machen. Übrigens, gut gemacht! Immer gerne! 5-6, in den Forschungsflügel. Dr. Horsey ruft zur Nachbesprechung. Der Befehl wurde bereits erteilt. Wie bitte? Haben Sie Horsey gesagt? Genau. Okay, sind auf dem Weg. Da brauche ich keinen Befehl. Ich gehöre schon mein halbes Leben. Ich habe Ihre Hilfe angefordert, Commander. Ich brauche keinen Bericht über Dinge, die vor meiner Haustür stattfinden. Ich möchte von Ihnen einen detaillierten Bericht zu Ihrem letzten Einsatz. George, es ist zu lange her. Mom? Was hast du meiner Panzerung angetan? Nur ein paar... Ergänzungen. Aha. Visegrad Rallye. Das Datenzentrum gehörte einem meiner Xenoarchäologen. Professor Laszlo Sorrat. Vielleicht können Sie seinen Tod aufklären. Männlicher Zivilist. Mitte 60. Stab mit einem Partikelschwert der Allianz im Bauch. Eliten also. Uns haben Sie auch angegriffen. Kurz nachdem... Nachdem wir die Tochter Ihres Forschers fanden. Sie hatte sich... Irrelevant. Die Eliten. Erzähl mir mehr über Sie. Drei. Zelotenklasse. Einer ist entkommen. Sah wie Ihr Anführer aus. Zeloten? Ganz sicher? Panzerung stimmt überein. Feldstärke auch. Ich habe befohlen, ihn nicht zu verfolgen. Unser Primärziel war die Reparatur des Relais der Station. Primärziel? Commander, sind Sie eine Marionette oder ein Spartan? Ma'am? Einige beim MND glauben, so wie ich, dass die Allianz Eliten Spähtrupps schickt, um für ihre Religion wertvolle Artefakte zu sammeln. Laut Berichten von Überlebenden sind diese Trupps klein, wendig und fast immer Zelotenklasse. Sie kamen zweifelsohne zur Station wegen der dort gespeicherten MND-Ausgrabungsdaten. Und Sie haben sie entkommen lassen. Datensicherung gehörte nicht zur Anweisung. Und wir hatten auch andere, dringendere Verpflichtungen. Wie den Planeten zu warnen. Professor Sorvats letzter Forschungseintrag bezog sich auf eine Schlüsselentdeckung. Schlüssel. Das Wort würde er nicht unbedacht verwenden. Hoffentlich ist es auf dem Datenmodul, das Ihr Lieutenant Commander gestohlen hat. Kat. Bevor Sie fragen. Ich wurde sofort alarmiert, als Sie versucht haben, auf die Inhalte zuzugreifen. Wie bei jedem unautorisierten Zugriff. Die Daten sind streng geheim. Ich könnte Sie für eine solche Störung meiner Arbeit in den Knast wandern lassen. Sie könnten gleich mitgehen. Wie bitte? Der Notfallplan Winter ist in Kraft getreten. Sie kennen doch sicher die Strafe für Einmischung in Spartan-Einsätze durch Zivilisten. Ist das eine Drohung, Commander? Soll nur ein Hinweis sein, Ma'am. Na los, Noble Team. Ma'am. Das wär's erstmal, George. Es ist ein Er 토�monum im Auftrag. Ich bin ein Erste,mliger Amini der Geistung. Nach蔑 nah war für einen Derk Challengra攻. Ich bin ein Erlegg attesந, für kann man Enterprise in deinem Bericht Spätrop Bravo, 3 und 6 in Position. Es wird langsam ganz schön voll hier, Cat. Dann nähern wir uns. Alle Allianzstrukturen melden. Sofortmaßnahmen könnten vonnöten sein. Verstanden. Wenn Cat eine Mission leitet, sind Sofortmaßnahmen immer nötig. Ja, die brauchst du vielleicht. Durchbohrt Panzerung mit Hochgeschwindigkeit, haut ein Eliten selbst in zwei Kilometer Entfernung um. Und sind teuer. Oh, wir sehen uns. Spätrop Bravo, im nächsten Sektor funktioniert keine Elektronik. Die Allianz blockiert die Geräte? Scheint so. Und Kommando, wir wissen, was sie verstecken. Elite, der gehört dir. Leise erledigen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gott. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020